Hi und herzlich willkommen bei MRTV. Das hier ist ein wirklich kurzes Video, denn ich möchte einfach nur eine Frage von euch beantworten, die viele von euch gestellt haben. Und zwar, was für Batterien braucht man für die Controller der HP Reverb G2 oder auch allgemein für Windows Mixed Reality Controller, denn da hat sich nicht viel verändert. Kann man aufladbare Batterien benutzen, wie zum Beispiel hier diese Eneloop Batterien, die viele von euch und ich auch benutzen oder nicht oder wie sieht das Ganze aus? Besonders mit der Voltzahl kann man da 1,2 Volt Batterien benutzen oder doch 1,5 Volt Batterien und die Antwort lautet, ihr müsst 1,5 bzw. 1,6 Volt Batterien benutzen. Ihr könnt zwar auch die 1,2 Volt Batterien benutzen, aber da kommt es zu Schwierigkeiten, denn wenn ihr diese Batterien benutzt, dann wird recht schnell von Windows angezeigt, dass die Batterien leer wären, was allerdings nicht stimmt. Also hier reicht dann die Spannung nicht aus, um den Controllern anzuzeigen, dass eigentlich noch genug Energie in den Batterien drin ist und das stimmt dann einfach nicht. Und das Problem, dass dann die Anzeige gering ist, ist dann, dass zum Beispiel die Controller Vibration ausgeschaltet wird und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt ja, ihr könnt die 1,2 Volt Batterien benutzen, aber ihr habt dann große Nachteile und deswegen würde ich sagen, nein, macht es nicht, benutzt 1,5 Volt Batterien. Und ich kann da hier zum Beispiel Nickel-Zink Akkus empfehlen, das sind sogar hier 1,6 Volt Batterien, die funktionieren wunderbar und benutzt auf jeden Fall aufladbare Batterien, denn das ist erstmal besser für die Umwelt natürlich. Und ja, ich mache es halt so, wenn während ich spiele, habe ich immer vier weitere Batterien, die aufladen und wenn die Batterien dann wirklich alle sind, ja, dann wechsle ich einfach die Batterien und dann ist auch gut. Also schaut euch um nach aufladbaren 1,5 oder 1,6 Nickel-Zink Batterien und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und diese hier, die wirklich gut funktionieren, die habe ich unten verlinkt und dann könnt ihr direkt die bei Amazon kaufen. Ganz wichtig dabei, ihr braucht auch ein richtiges Aufladegerät. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, okay, ich kaufe einfach nur die Batterien und ich benutze jetzt hier mein Panasonic Eneloop Aufladegerät einfach weiter, das geht leider nicht. Ihr braucht auf jeden Fall dann auch ein Nickel-Zink Aufladegerät, das genau diese Batterien auflädt. Also ganz wichtig, das müsst ihr beachten. Dann wurde ich auch häufig gefragt, wie lange halten denn die Batterien bei den Windows Mixed Reality Controllern? Und da gibt es ja das Vorteil, dass die nur sehr kurz halten und dass sich diese Controller durch die Batterien fressen und man ständig nur die Batterien wechseln muss. Und das kann ich absolut nicht bestätigen. Die gehen stundenlang und ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt alle zwei Stunden oder so die Batterien wechseln müsste. Also das ist nicht der Fall. Und ich denke mal, dieses Vorurteil stammt daher, dass Leute, die 1,2 Volt Batterien benutzt haben und dementsprechend sehr schnell der Batteriestand als niedrig angezeigt wurde, obwohl dem gar nicht der Fall ist. Und deswegen sie dann sofort die Batterien gewechselt haben, aber es einfach nicht stimmte, weil sie den falschen Batterietyp benutzt haben. Deswegen nochmal, benutzt 1,5 Volt Batterien und am besten aufladbare natürlich und dann habt ihr sowieso keine Probleme damit. Denn wenn die Batterien dann wirklich alle sein sollten und ja, sie gehen auf jeden Fall auch alle, dann wechselt ihr einfach die Batterien und dann habt ihr dieses Problem nicht mehr. Und das war es auch schon für dieses kurze Video. Ich hoffe, es war hilfreich für euch, gerade für euch, die sich die G2 vorbestellt haben. Ihr steht ja vor dem Problem, welche Batterien sollt ihr euch kaufen. Ich denke mal, das Video war da hilfreich. Also Daumen nach oben, wenn euch das geholfen hat. Und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr eure Batterien über meinen Amazon Affiliate Link bestellt, den ihr unten in der Beschreibung dieses Videos finden könnt. Okay, wenn ihr diesen Kanal übrigens tatsächlich noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch und klickt auch auf das Glockensymbol, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Das war es. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.